Was wollten Sie damit erreichen? Ein anderes Leben zu leben? Nein, kein anderes Leben, ein eigenes. Endlich! Wie soll ich Ihnen helfen, wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen? Die 50-jährige Literaturdozentin Claire steckt in einer schwierigen Beziehung zu einem jüngeren Liebhaber. Um ihn auszuspionieren, legt sie sich ein falsches Facebook-Profil an und wird zu Clara, einer attraktiven 24-Jährigen. Schon bald entdeckt der Fotograf Alex den Fake-Account und ist von der vorgetäuschten Frau sehr angetan. Zwischen ihm und Claire entwickelt sich ein intensiver Flirt-Chat. Obwohl alles auf einer Lüge basiert und sich in der Virtualität abspielt, sind die Gefühle real. Während Claire immer mehr dem Sog der Parallelwelt erliegt, möchte Alex sie endlich treffen. Ich habe mich gehen lassen. Ich fühlte mich mehr wie Clara und nicht wie Claire. Das macht mich verrückt. Clara, ich? Ich muss dich sehen. Das Drama So wie du mich willst behandelt universelle Themen wie Einsamkeit und die Angst vor dem Älterwerden. Die Hauptrolle spielt Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche. An ihrer Figur Claire findet sie einen Aspekt besonders interessant. Im Kino ist diese Geschichte ab dem 8. August zu sehen. Im Kino ist diese Geschichte ab dem 8. August zu sehen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020